Hallo und herzlich willkommen hier bei Perl TV zum Gadget des Tages. Und heute haben wir mal was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und wenn Sie jetzt gleich sehen werden, werden Sie sagen, was ist an einer Wetterstation außergewöhnlich. Ja, auf den ersten Blick ist es eine Wetterstation, aber es ist noch viel, viel mehr. Aber bleiben wir beim ersten Blick. Hervorragend übersichtlich hier. Wir sehen die Temperatur und dank dem Außenfühler, den ich irgendwo im Außenbereich anbringe, natürlich auch die Außentemperatur. Also Datum, Uhrzeit auch mit dabei, selbstverständlich. Dann sehen wir neben dem Wochentag noch die Mondphase. Die zeigt uns, wir haben gerade, jetzt muss ich überlegen, abnehmenden Mond. Das heißt, es war gerade erst Neumond und unten die Außentemperatur. Zusätzlich habe ich die Option, mir zeigen zu lassen, was denn die Höchsttemperaturen des Tages beziehungsweise die Tiefstemperaturen des Tages waren. Also alles in allem eine wunderbar übersichtliche Station, bei der ich mir immer ausrechnen kann, ja, wie denn das Wetter ist, auch vor allem mit dem Außenfühler. Bringen Sie den Außenfühler irgendwo im Schattenbereich an und dann haben Sie immer genaueste Temperaturen. Bitte nicht in die pralle Sonne, sonst sehen Sie da plötzlich irgendwann mal im Hochsommer 74 Grad und denken, die Welt geht unter. Nein, irgendwo ein schattiges Plätzchen bis zu 10 Meter weg von der Funkstation. Und dann wissen Sie immer, welches Wetter denn gerade ist, ohne rauszuschauen. So und jetzt kommen wir auf den zweiten Blick und das wird eigentlich auch bei einem zweiten Blick noch nicht deutlich. Aber ich zeige Ihnen mal diese Fernbedienung hier und da sehen Sie ein Kamerasymbol. So und jetzt wird es Ihnen vielleicht aufleuchten, was wir denn hier haben. Denn wir haben in unserer Funkwetterstation eine Kamera versteckt und nicht irgendeine, sondern eine Full-HD-Kamera. Und die bediene ich einfach mit der Fernbedienung. Ich schalte sie einmal an und dann ist das Einzige, was man sieht, Moment, ich muss gerade mal nach vorne, hier unten das blaue Licht. Ich hoffe, Sie sehen es jetzt unten, da blinkt es, da sehen Sie es. So, jetzt nimmt die Kamera oder ist sie startbereit. Jetzt habe ich verschiedene Optionen auf der Fernbedienung. Und da kann ich zum Beispiel die Kamera direkt einschalten. Also mit der Fernbedienung kann sagen, ab jetzt filmst du. Oder ich schalte einfach nur ein Mikrofon ein oder ich mache einfach nur einen Schnappschuss. Und die letzte Option, die ist auch noch interessant, nämlich sehr, sehr interessant, Bewegungsmelder. Das heißt, die Kamera schaltet ein, sobald sich vor ihr was tut. Da sehen Sie es sehr, sehr übersichtlich. Und hier auf dem Bewegungsmelder drauf, da sehen Sie es, die Einschalten. Dann blinkt die Kamera nochmal kurz dreimal blau, geht dann aus. Und Sie wissen, jetzt ist meine Kamera scharf. Und das ist ein ganz, ganz großes Sicherheitsmerkmal für sich zu Hause. Denn wenn Sie mal wissen wollen, was denn passiert, wenn Sie nicht zu Hause sind, schalten Sie es einfach ein. Ich mache das jetzt mal. So, und jetzt ist der Bewegungsmelder scharf. Und wenn jetzt jemand in die Wohnung kommt, gebeten oder ungebeten, habe ich gestochen scharfe Aufnahmen von dem, was denn passiert, wenn ich nicht da bin. Ja, und nicht nur als Überwachungskamera hervorragend geeignet. Da sehen wir nochmal, ist auch sehr, sehr dekorativ, unsere Funkwetterstation. Und jetzt schauen Sie nochmal hin, schauen Sie mit dem zweiten und mit dem dritten und mit dem vierten Blick hin, ob Sie irgendwo eine Kamera entdecken. Nein, werden Sie nicht. Hier der Außensensor locker angebracht. Und jetzt kann ich jederzeit Filmaufnahmen machen mit dieser Full-HD-Kamera. Und zwar mit einer Speicherkapazität bis zu 32 GB und mit einem Blickwinkel 90 Grad vorne von der Kamera. Also alles, was vor der Kamera sich abspielt, wird hier gefilmt. Und auch der Ton wird aufgenommen. Da sehen Sie mal ein paar Aufnahmen, sind original von unserer Funkwetterstation. Und da sehen Sie, wie scharf diese Aufnahmen sind. So, und wenn Sie schon immer sagen wollten, ja, ich will eine ganz, ganz unauffällige Kamera zu Hause, um ab und zu mal nach dem Rechten zu sehen, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Oder einfach mal schauen, was macht denn der Hund, wenn ich unterwegs bin. Oder die Katze, das ist auch mal interessant. Oder wenn Sie eine Party haben, einfach mal so ganz unauffällige Partyaufnahmen machen. Für all das ist diese Funkwetterstation aller, allerbestens geeignet. Der Preis 113,91 Euro. Ein absoluter Sensationspreis heute wieder bei Pearl TV im Gadget des Tages. Die Bestellnummer, die NX4135 und die 569. Und dann ist egal, welches Wetter kommt. Sie sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn egal, was bei Ihnen zu Hause passiert, Sie haben es demnächst mitgeschnitten und das Ganze in Full HD. Also jetzt anrufen, bestellen und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dem Gadget des Tages.